Meinhaus Elektronik ist eine Firma, die 1977 gegründet worden ist. Wir sind im Münchner Westen angesiedelt. Wir machen alles rund um die Messtechnik, von Kabeltechnik bis hin zur Auswertung und Analyse. Die stellen wir selber bei uns her, hauptsächlich auch in Bayern. Wir haben uns aber auch dieses Jahr für die Embedded darauf entschieden, ein Open-Loop-System von Bosch mitzunehmen, einen Micro-LC-Tester, unter anderem ein Beispiel für sehr gute und verlässliche Partner, die wir haben und Produkte, die wir vertreiben. Hier geht es letztendlich darum, dass man Werte, um ein Auto auszutesten, hier vorgibt. Das heißt, man messt oder testet jetzt hier das Auto nicht aus, sondern man schaut letztendlich auch, kann man sich vorstellen, was passiert am Auto, wenn und gibt deswegen die Daten rein. Und bevor man jetzt irgendwelche Sensoren oder Temperaturen überhitzen lässt, manipuliert man letztendlich dahingehend, dass man dem Auto irgendwas etwas vorgibt, was jetzt so reell nicht da ist, aber was die Technik auslösen würde. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen auch.